und weiter geht es mit einer action geladene folge von dawn of divines ja wir haben ja in der letzten folge das portal betreten zurück gibt es mehrere portale anscheinend ja das heißt ich hätte gar nicht alles mitnehmen müssen aber egal und haben diesen boss besiegt und haben jetzt hier unsere mission bekommen von einem der drei wie hießen jetzt nochmal wissen sehr sehr ja jettlich ja 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 Du hast von Charon gewählt, als ein Notable Warrior gewählt, vielleicht wertvoller unserer Konsequen. Hades wurde zwischendet und korrupt, verletzt von Zeit, und nicht mehr fit zu regeln die Unterwelt. Du bist der Champion, den wir suchen? Wir müssen die Gäste und usurpen Hades, um die Balance, die früher war. Wir fangen einfach mal mit dem Bilden an. Achso, muss ich die nicht... Achso, ah. Show your devines and build the domain of bots. Attached shelter. Okay, ich dachte, wir müssen die auswählen, die Quests, aber anscheinend laufen die alle. Achso, doch, ach so, akzeptieren, ja, ja. Kann ich die alle direkt annehmen? Ah, sehr gut. Steine will er haben, hab ich nicht sogar Steine da? Wie viele will er denn haben? 50. Von dir? these crossroads, long forgotten, haben eine Präsent of Olympians und ihren müsstestaggiern. Find jeden der Olympiansraineren und präummet die Arbeit der Ball die gefolgt, wie enthämpierte Gäste. Wenn Sie im Moment die Altar verhindert, um diese Lande an ihren Fällen zu erinnern. Wenn du zufrieden hast, bekommst du das Wichtigste, um Hades zu konfrontieren, wenn der Tag kommt. Ja, dann würde ich ganz gerne mal schauen, wo wir uns denn niederlassen. Ja, track, bla bla bla. So, also. Mountains. Was haben wir hier? Vielleicht ist es ein bisschen bedrohlich. Sollen wir es einfach mal uns anschauen? Bauen wir vielleicht da oben irgendwo? Oder eher so. Wir sind ja schon im Zentrum irgendwie, ne? Wir hier so bauen oder hier. Mal schauen. Ich will jetzt nicht direkt hier bauen. Wie können wir erstmal so ein Trank reinhauen? Ja, jetzt müsst ihr dir noch ein paar Bären bringen und so ein bisschen die Anfänge machen, sag ich mal. Und ich würde ganz gerne jetzt erstmal... Oh, warte mal. Haben wir wohl ein bisschen Holz da? Wir hätten ein bisschen was da. Ich würde aber sagen, ich fällt noch mal kurz ein Baum. Wir brauchen noch ein paar Dreck in die Kiste. Ich habe jetzt das Wichtigste eigentlich aus der alten Base mitgebracht, aber ich würde sagen, gehen wir nochmal zurück. Sobald wir hier was aufgestellt haben. Aber wir müssen mal schauen, wo wir bauen. Ich glaube, hier oben auf so einem Felsen wäre das cool. Ich meine, unsere Base ist ja nicht eingeschränkt, ne? Wir können auch eigentlich hochfliegen und da oben bauen. Wie sieht es denn hier aus? Ne, ich glaube, hier ist jetzt keine geile Stelle zum Bauen. Sollen wir da oben bauen? Sollen wir da oben bauen? Auf so einem Berg? Auf so einem Felsen? Ich will erstmal von hier aus. Ne, also hier bauen auf jeden Fall nicht, aber hier gibt es bestimmt Erze. Da wäre ganz cool, ne? Können wir es schaffen. So ein Tempel auf so einem Berg. Aber okay, da müssen wir schauen, dass wir noch gut hochkommen, ne? Okay, wir können auch Treppen. Warte mal, wir können auch rein theoretisch eine Treppe im Berg entlang hoch bauen. Dann können wir kleine Brücken bauen, würde das gehen. Das würde es ja voll anbieten eigentlich. Warte mal, habe ich den Hammer? Ach, Zunge. Sagen wir mal jetzt noch, ich will eine Treppe bauen. Das ist nur ein Test. So, so. Guck mal, man kann die sogar... Ah, das ist cool. Das ist sehr cool. Das wird ein bisschen dauern, aber... Wir machen das. Warte mal, ich würde ganz herren trotzdem eine Foundation haben. Ja, hier werden wir einfach was schönes bauen. So. So, cool. Ah, geht's einfach. Ich dachte schon, es geht nicht weiter. Da hätte ich ein bisschen mehr reinbauen sollen in die Seite. Ich hätte das vielleicht ein bisschen freistellen sollen, oder? Obwohl. Obwohl. Wir könnten hier rein theoretisch. Ne, warte mal. Ich will den ein bisschen anders haben eigentlich. Geht das vielleicht von... Wir können hier fliegen, klar. Da war ja was. schon. So. Kann man machen, oder? Können wir auch bald so ein Geländer haben, oder so? Das wäre cool, aber... Noch haben wir nicht zu viel. Jetzt brauche ich mir hier nur einen Weg hoch, irgendwie. Okay, warte mal. Machen wir wieder so. Keine Ressourcen, ja super. Ich wollte jetzt noch mal kurz schauen, sonst fliegen wir erstmal hoch und dann können wir die jetzt später zu Ende bauen. Wie wird es denn aussehen? Hier kann sich doch sehen lassen, oder? Wer wir dann vielleicht noch später Pfeiler bauen können, so Holzpfeiler. Cool, dann können wir so Brücken bauen und dann bauen wir uns ein Hauptding in der Mitte. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr es machen würdet, aber ich finde die Idee ganz schnieke. Wir haben jetzt in den letzten Folgen sehr viel gekämpft und so, deswegen würde ich sagen, ist bauen doch gar nicht mal verkehrt, oder? Jetzt wird erstmal eine Weile gebaut, Leute. Gehört ihr auch dazu. Ich nehme mir nochmal kurz ein paar Bäume mit. Warte mal, wir sollten noch schnell was essen, bevor das Blech runter geht. Was können wir mit den Münzen machen? Können wir uns damit dann Rezepte holen? So, den nehmen wir noch mit. Wunderbar. Wunderbar. Können wir hier noch eine Treppe dann, zack, und dann bauen wir uns hier vielleicht noch so einen kleinen Ding ins hier. Ich finde das doch in Ordnung. Und klar, wenn wir dann noch hier so eine Treppe nach oben haben, zack, dann da noch die Seite hoch. Wir müssen mal schauen, wo man dann andockt, von hier vielleicht. Ungefähr sollte man es schon machen. Sollten wir dann eine richtige Treppe machen? Hier so? Wird das vielleicht besser aussehen. Eine Breite. Da bauen wir uns so eine Art Turm mit Wänden und dann zack. Können wir hier auch machen. Oh, ich bin voll. Äh, ich weiß nicht. So eine Art Turm. Wird wahrscheinlich besser aussehen, ne? Oder wir fliegen erstmal rüber. Können wir ja später noch machen. Uh, warte mal. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz schauen, was mir besser gefällt da hinten vielleicht. Ich würde sagen, hier von der Fläche her. Man kann ja mehrere Dinger bauen, ne? Einmal hier so ein Gebäude, wo man lagert und da hinten vielleicht was anderes. Das ist von der Fläche ganz gut. Das ist ein bisschen zu abgerundet. Das wäre auch ganz cool. Ich kann ja hier so ein... Ein irgendwas machen oder so. Oder von hier aus kommen dann auf mehrere Insel nochmal. Ich weiß es nicht. Zum Bauen. Okay, reicht das, oder? Oder da? Jetzt habe ich mir irgendwie hier was ausgesucht. Wenn man so ein Tempel baut, ich weiß nicht, ob man so was machen kann. Ich weiß, hier ist das halt sehr länglich, aber auch ein bisschen größer. Ich bin einfach hier. Wir können ja immer noch umändern. Wo ich mich überhaupt nicht entscheiden kann. Und ich jetzt. Ein bisschen höher hätte ich es gerne. Ja, ich habe hier. Dann bauen wir es erstmal ein Bett. Ein Bett und eine Kiste. Und wir können mittlerweile Fackeln setzen. Cool. Ja dann. Das ist eigentlich nicht schlecht. Äh, wo ist denn das Bett hier? Ja. Dann sehen wir noch unseren Kollegen da unten. Warte, aber ich will jetzt trotzdem nochmal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt Quatsch, aber... Ich würde ganz gerne hier so ein paar Fackeln anbringen. Ah, naja. Das funktioniert nicht ganz so gut. Schade. Wir ignorieren das einfach. Das ist okay. Das ist okay. Okay. So viel Licht machen jetzt auch nicht. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Gut, dann gehen wir erstmal hoch. Äh, bauen da ein bisschen. Und dann gucken wir weiter. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz cool hier oben. Dann kann man so eine Fläche da hinten... Ich denke, hier kann man viel mit anfangen. Kisten, also. Das Ding erstmal weg. Foundations brauchen wir. Und Kisten. Äh, ne. Ups. Ach, man könnte auch sozusagen dann rund bauen, ne? Wenn wir immer hier ganz viel... rumdrehen und so. Das werden wir mal testen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Und was ich nicht so cool finde, die Foundations schweben halt rum, ne? Hmm. Naja. Wir werden sehen. Jetzt packen wir erstmal Kram rein. Packen wir erstmal alles rein. Warte mal. Können wir noch ein paar Kisten bauen? Was bräuchten wir denn? Holz. Na klar. Natürlich brauchen wir Holz. Ich würde schon gerne direkt ein bisschen sortieren. So, das sollte erstmal passen. Und... Hammer. Piste. Wunderbar. Gut. Also, hier würde ich sagen, kommt alles rein, was so Kristalle angeht. Erstmal. Goldmünzen. Goldmünzen. So ein Zeugs würde ich sagen. Dann eine Kiste. Den Pelzen. Den Pelzen. Den Pelzen. Leder. Alles, was so ein bisschen mit Tieren zu tun hat. Auch das Fett. Knochen. Das Fleisch. Ledern. Leder Strips auch. Ja. Dann würde ich sagen, hier haue ich dann alles rein, was zu tun hat mit... Hier. Ihr wisst schon. Hier fällt es gerade nicht ein. So. Die Tränke. Ja. Das ist das nächste Problem. Ich habe sehr viel Tränke. Die hauen wir nochmal da rein. Erstmal. Komm. So. Gut. Wir haben wieder Platz. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal zurück. Holen unseren Kram. Weil wir ja doch noch einiges da haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Büsche und so drüben. Das ist ein guter Platz. Oder hätte ich lieber hier hoch und dann da bauen sollen? Ich kann mich mal hier entscheiden. Wollte ich lieber unten bauen sollen, aber ich finde es irgendwie cool. Man kann ja sonst alles so ein bisschen aufteilen. Wie gesagt. Hier ein Lager. Da dort. Hier ist vielleicht so ein... Bauen wir uns so ein Türmchen oder so eine Plattform. Hier haben wir sogar Wasser. Warte mal, darf ich mal hin? Das triggert mich gerade. Kann man hier was machen oder sieht es einfach nur schön aus? Ne, es ist nicht nur schön aus. Ich baue das einfach mal ab. Vielleicht spawnt das dann nochmal wieder neu, wenn ich zurückkomme. Cool. Das wäre cool, wenn das nochmal neu spawnt. Hier so ein bisschen Lehm. Das heißt, ich habe hier sogar direkt einen Lebensspot. Das ist schon mal nice. Sorry, aber da musste ich rein lang. Ich habe hier noch irgendwas auffälliges. Ich gehe mal gleich irgendwie ins Wasser rein, ob wir da irgendwas machen können. Das ist schon sehr hell und leuchtet ziemlich. Ich hoffe, es ist ein Glitzergeräusch. Warte mal. Wenn wir hier fertig sind. Fert ihr das? Das hat nichts mit dem Wasser zu tun, oder? Kann ich mal schwimmen? So richtig tauchen? Ne, ne? Wir können schwimmen und verlieren halt ein bisschen Ausdauer. Ja gut. Eigentlich müssen wir natürlich das Gebiet erkunden. Die werden nochmal... Ja ne, wir bauen jetzt nicht die ganze Zeit Lehm ab. Wir holen jetzt erstmal den Kram und dann können wir das im Nachhinein machen. Was ist das hier? Warte mal. Können wir es auch ernten? Read. Ich sollte erstmal den Kram holen. Eins nach dem anderen, Ray. Eins nach dem anderen. Was glitzert hier so? Hört ihr das? Ach, da ist eine Kiste. Ah, Coins. Ja super. So, ich habe wieder einen Platz weniger im Inventar. Ja, es dauert noch. Entspann dich. Oh, es ging schnell. Ohne Ladescreen, das ist cool. Wieso? Warte mal, das wird mir hier aber nicht mal Space angezeigt. Ist es noch da? Okay, das ist schon mal gut. Ich weiß, ich habe noch drei Minuten, aber wir holen uns nicht trotzdem mal rein. Und die Sachen, wenn man die fallen lässt, die bleiben anscheinend liegen, ne? Was haben wir hier? Projektiver Bogen, das ist alles alter Kram. 50er Stacks nämlich mit. Ja, die muss man jetzt... Komm, wir nehmen die erstmal. Lass die nämlich auf jeden Fall mit. Freude kann man wegwerfen. Hier ist leer. Ja, dann reißen wir einfach den Kram ab, oder? Gehen wir nochmal Ressourcen wieder. Äh, raus damit. Gehen wir lieber dann das Holz und so mit. Gehen wir nochmal eine Menge Holz. Cool. Ah, neun Holz, der ist nicht richtig. Gut. Dann haben wir es alles einmal abgerissen. Ja, dann habe ich jetzt keine Zeit für. Tiere werden wir bestimmt noch genug finden. Bye-bye, Startinsel. Und willkommen, neues Heim. Dann können wir da auf jeden Fall jetzt, äh, einiges bauen, ne? Weil wir haben jetzt relativ viel Holz. Wie viel haben wir jetzt? Wo ist es? 200. So, das soll schon mal was. Wohl Holz kriegt man relativ schnell eigentlich, ne? Aber das andere Zeugs. Und rüber. Wenn du den Kram abgeholt hast, dann kannst du den Kram abgeholt. Ach so, bei ihm kann man kaufen. Ah. Ach, bye, hier oben. Ach so. Ah, mit Münzen. Ah, wenn wir Münze ausgeben, kriegen wir sogar so wie so einen episch Bogen. Uh, warte mal, wir gönnen uns gleich was. Ich meine, wir können es dann ja immer wieder reparieren, ne? Ja, Coins habe ich einige. Warte mal, wir können auch was verkaufen. Wenn wir einfach normale Materialien verkaufen. Ach, krass. Tatsächlich. Was ist, wenn ich ihn jetzt einfach so ein hunderter Ding hier gebe? 2,5 Münzen? Ne. Wie machen wir das denn mit, 5? Und wenn wir die hier zwei Lehm gebe? Aha. Gut. Und ein hunderter Holz. 25. Ja, ne. Alles klar. Ist aber interessant, dann könnte ich rein theoretisch dann auch meine alte Rüstung bei dem verkaufen. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Dann geht es jetzt hoch. Oops, sorry. Und dann wird jetzt erstmal gebaut. Aber ich weiß, der Aufgang hier, der gefällt mir schon mal ganz gut. So. Einmal Energie tanken. Vielleicht ob das jetzt der idealste Berg ist, wo ich drauf baue. Aber ich würde sagen, vom Platz her sollte es passen, oder? Sollte doch genügen. Gut. Gut. Wir machen auf jeden Fall nochmal. Den hier. Ja. Sobald wir hier drüber bauen, ne. Gut. Man könnte auch mit Treppen ein bisschen arbeiten, ne. Lass mich schon ein bisschen zu schmal. Wenn das so drüber hängt. Ich weiß nicht. Sieht ja komisch aus, ne. Warte mal. Können wir von unten eine Wand? Ah, okay. Wir können auch Wände dran setzen. Ja, eher da an ist, dann ist es okay. Nur hier halt, ne. Das hängt halt so ein bisschen drüber. Aber. Ja, komm. Wenn sie einstellen, ist halb so wild. Dann lassen wir hier offen. Lassen wir generell offen. Vielleicht. Warte mal. Vielleicht so zwei breit. Mit einem Türraum oder sollen wir einfach so einen breiten Gang offen lassen? Was ist das für ein Geräusch? Läuft da und jemand rum? Bevor ich das vergesse, machen wir auch direkt mal hier schöner. Bis wir es von hier aufmachen. Ne, da geht es. Wir können verkleiden, ne. Wenn schon, denn schon. Machen wir das da auch. Ah, das ist cool. Ich vergesse andauernd. Wir können ja den hier machen. Wenn wir es auch so richtig unten reinbauen, dann geht es wieder. Wir müssen auch eigentlich nicht unbedingt eckig bauen, ne. Wir könnten ja. Wir könnten ja echt in viele verschiedene Winkel drehen. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Oder baue ich hier Rundungen lieber? Ich weiß noch nicht. Wir könnten ja rein theoretisch sagen, hier würde es hochgehen. Dann hier wieder so zumachen, oder? Sieht ein bisschen anders aus. Das hat doch irgendwas. Das wollte ich jetzt nicht machen. Hier auf jeden Fall würde ich ganz gerne eine größere Fläche haben. So. Nicht mit Ressourcen. Gut. Aber ich würde sagen, hier lassen wir das auch ein bisschen so offen, ne. Dann, zack. Dann kommt man von hier hoch. So noch mit Treppen und so. Hier haben wir so eine kleine Erhöhung. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geländer oder so mit der Zeit. Das wäre ganz cool. Ich würde sagen, bis erst so war es doch schon mal ganz gut. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Holz sammeln, damit wir vielleicht hier direkt ein bisschen weiter bauen können in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.